Das ist José Manuel Martínez. Bei seiner Verhaftung im Jahr 2013 hat er gestanden, 36 Menschen in 12 US-Bundesstaaten ermordet zu haben. Die schwarze Hand, wie Martínez genannt wird, hat mehr als 30 Jahre lang für mexikanische Kartelle als Auftragskiller gearbeitet. Immer wenn eine Person Schulden bei einer der Drogenkartelle hatte, haben die Mexikaner Martínez beauftragt, um den Schuldner aus dem Weg zu räumen. Bereits mit 16 Jahren soll er damit angefangen haben. Im Gegenzug hat er für jeden der Morde einen Teil des Kopfgeldes erhalten. Verhaftet wurde er schließlich, da er den Freund seiner Tochter erschossen hat. In den Vernehmungen hat er dann sämtliche Morde eingeräumt, von denen die Ermittler selbst oft keine Kenntnis hatten. In diversen Prozessen können Martínez von mehr als 30 Morden 12 nachgewiesen werden. Der heute Mitte 60-Jährige ist zu mehreren lebenslangen Freiheitsstrafen in verschiedenen Bundesstaaten verurteilt worden.